Man sagt so im Moment, dass man pro Kuh im Jahr 1.000 Euro dazusetzt. Als die verstärkten Auflagen kamen, da hätte ich gesagt, Schluss, Feierabend, wir machen nicht mehr. Was ist so schön am Bauer sein? Ja, wenn die so weitermachen, werden wenige noch Tierhaltung haben. Sonst anders geht das nicht. Und darum sind die Kartoffeln einfach ausgestorben werden. Dann geht alles kaputt. Die Welt hat globalisiert. Und plötzlich war Biogas extrem attraktiv für die Landwirte. Unsere Gesellschaft hat ja für sich entschieden, die Umwelt zu schützen, kein CO2 mehr in die Atmosphäre zu blasen. Der Europäische Kanzel hat auf den Klima- und Energiewende für Europa entschieden. Ich sage mal, schade, dass wir unter den Windrädern kein Ackerland haben. Da bekommst du viel Geld. Dann bekommst du viel Pacht dafür. Der Pfarrer wurde der Energieverbraucher, und wir wurden die Aktivisten. Wir wollen die erneuerbaren Energiefräger und unseren Kindern und Kindeskindern eine Zukunft geben. Das liegt nicht daran, dass sie manipuliert sind oder sonst was, sondern es wird definitiv wärmer. Eine Tonne CO2-vermeidung kostet 300 bis 400 Euro. Imagine that your theory is false. There is CO2, and we need to combat the climate. There's actually nothing we can do. You can use an umbrella when it rains, and that's quite effective.